Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Haben Sie diese Schlagzeile gestern auch gesehen in der Welt? Integration gescheitert, Schweden steuert um. Das war ja klar, dass so etwas für Wellen sorgt, wenn eine Meldung aus einem, sagen wir mal, Nachbarland in Westeuropa kommt. Eines, das sehr genau und sehr intensiv beobachtet wird, nicht nur wegen der Migration, sondern auch wegen Corona. Wir alle wissen das. Und dann kam auch ein Zitat. Schweden steht kurz vor dem Flüchtlingskollaps, lautete die Schlagzeile. Und zitiert wurde Schwedens Außenministerin Margot Wallström. Ich glaube, die meisten Menschen spüren, dass wir ein System, in welches jedes Jahr vielleicht 190.000 Menschen einwandern, nicht aufrecht erhalten können. Denn langfristig wird unser System kollabieren. Ein sehr gravierendes und weitreichendes Eingeständnis. Es gibt viele hier im Land, bei uns in Deutschland, die würden das auch mal gerne hören, dass so viele Migranten hier ins Land gekommen sind, dass wir die nicht ordentlich aufnehmen können und dass man sie auch nicht integrieren kann. Das heißt, ihnen auch keinen Gefallen tun kann. Es übersteigt einfach unsere Kapazitäten. Tja, und dann kommen natürlich Fragen und Feststellungen wie diese von einer Twitter-Teilnehmerin. Der Unterschied zwischen Deutschland und Schweden ist die Fähigkeit Schwedens, wenigstens zuzugeben, dass die Integration in Schweden gescheitert ist. Und jetzt die Frage, wann werden wir in Deutschland offen darüber reden können, ohne eine Anfeindung und Diffamierung ausgesetzt zu sein? Und darauf gab es natürlich einige Antworten und die sind sehr vielsagend. Und sie zeigen, wie wenig Hoffnung in Deutschland bei den Menschen besteht, dass bei uns auch so ein Eingeständnis kommt und die Migrationspolitik entsprechend umgestellt wird. Sobald aus dem Ich ein Wir wird, heißt eine Antwort und der Teilnehmer meint damit natürlich, dass es viel zu wenige Menschen gibt, die mit Blick auf die Migration solche Hoffnungen haben. Erst wenn der Schuldkult aus der Geschichte wirklich aufgearbeitet ist, vorher kann es nicht gehen. Weitere Antwort, es müssen zuerst noch mehr Kinder sterben wie in Schweden. Eine ganz kurze und simple Antwort, never, niemals. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Hier wird auf die ideologische Verbohrtheit und Verblendung der politischen Kaste und der Medien angespielt. Niemals noch eine kurze Antwort. Diese Antworten alle zeigen, dass hier in Deutschland wirklich kaum bis keine Hoffnung besteht, dass die Migrationspolitik an die Möglichkeiten, an die Wünsche der Menschen, die schon länger hier sind, angepasst wird.